Erwarten Vanessa Enwatu und Alexander Petrovic? 31. Etwa ein Kind? Bei Temptation Island v. i. p. stellten der ehemalige Love Island Star und seine Partnerin Christina Dimitriou. 30. Ihre Beziehung auf die Probe und scheiterten kläglich, zumindest Alex. Er konnte Verführerin Vanessa nicht widerstehen und verliebte sich in die Beauty. Beim Dreamdate fragte Alex Vanessa sogar, ob sie seine Freundin sein will, was sie bejahte. Ob die beiden noch zusammen sind, ist bisher nicht bekannt. Doch jetzt macht ein krasses Gerücht die Runde, Vanessa soll schwanger sein. Cristinas Ex-Salvatore Fasalo behauptete jetzt nämlich in einem Twitch-Livestream, dass die Verführerin ein Kind von Alex erwarten soll. Ich habe selber enge Kontakte und mir wurde das auf jeden Fall zugesagt, dass sie schwanger ist, das Leben in die Welt kommt, verriet er. Alex reagierte bereits auf die Behauptung, Leute, das ist so krass, was es für Gerüchte auf der Welt gibt. Heftig, wie kreativ die Leute sind, wie viel Zeit die haben, sich sowas auszudenken. Unglaublich! Ich bin sehr erstaunt, ich habe schon diverse Gerüchte gehört. Aber das sprengt den Rahmen, reagierte er in seiner Instagram-Story auf eine Frage nach Vanessas Schwangerschaft. Alex hat durch die Ausstrahlung bereits einen heftigen Shitstorm kassieren müssen. Im Netz schrieben User Kommentare wie, der braucht einen guten Therapeuten für sein menschenverachtendes Verhalten. Außerdem wurde eine Petition ins Leben gerufen, mit der verhindert werden soll, dass der Reality-TV-Star jemals wieder im Fernsehen auftritt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017